hallo und herzlich willkommen zu meiner vorstellung zum mod world united core mod was das eigentlich ist und was es damit auf sich hat erfahrt nach dem intro viel spaß mit der world united score mod kann man das aussehen seiner straßen komplett individualisieren mit looks die man sich aus dem steam workshop beziehungsweise ich weiß nicht ob das auch anders geht aber ich kenne es halt bloß über steam da ich das spiel über steam gekauft habe kann man sich für die skylines eben diesen mod holen damit kann man seine straßen komplett anders aussehen lassen ich habe dazu auch ein beispiel vorbereitet gehabt bevor ich einfach zu dem kommen möchte ich euch erst mal zeigen was man überhaupt mit dieser mod alles machen kann man kann nämlich halt nicht bloß das aussehen verändern man kann zum beispiel auch die helligkeit also trotzdem was aussehen aber eben dementsprechend nicht nur sache eingestellt und zwar hat man dafür eine option wenn man sobald man den mod aktiviert hat kann man in die option gehen hat dann hier einen unterpunkt oder mod-einstellungen namens road united core hier oben kann man wie gesagt seinen road film ändern zum north america kommen wir dann gleich nochmal und hier kann eben sache einstellen wie zum beispiel man kann halt wenn man diesen mod installiert hat an jegliche straßen sagen ich möchte da jetzt parkflächen haben können wir auch gleich mal eben testen so sieht es eben ohne parkflächen gerade aus und mit parkflächen sieht das ganze denn eben so aus jetzt hat er auch ich gerade schon das film reingemacht wenn ich das richtig sehe ja dann hat er sogar reingemacht gehabt automatisch weil warum weiß ich nicht wenn wir jetzt aber hier nochmal rein machen gut jetzt sieht man konterschied mehr aber so sieht es eben auch denn beim world scene als chrome mod aus beim world american mod so wenn ich jetzt hier weg nehme ich weiß nicht ob das dann wieder zurück gesetzt ist so sieht eben das so aus ne also so sieht es eben mit dem nord american theme aus machen wir wieder raus hier wie gesagt man kann eben auch zum beispiel jetzt hier die dekoration kann verändern also die also die helligkeit weil das ist jetzt wirklich bloß die helligkeit und gedacht zum beispiel wenn man jetzt dekorierte straße hat mit gras oder oder bäumen wie zum beispiel jetzt diese beiden straßen hier da kann man natürlich helligkeit verändern man kann sie beispielsweise dunkler stellen das können wir eben auch ausprobieren dafür müssen wir eben das spiel einmal neue landen im moment so sind wir drinnen sieben auch schon glatten unterschied jetzt haben wir die einfach mal auf die niedrigste helligkeitsstufe beziehungsweise auf die dunkelste stufe eingestellt und vergleichen wir das jetzt ganz gut hier standard ist das so wenn man es ganz unterstellt sieht das eben so aus wenn man es gerade stellt kann man sich gar nicht vorstellen wie es aussieht das können wir eben auch noch machen indem wir jetzt das hier mal eben hoch stellen und wenn wir eben auf laden klicken noch mal so und dann ist das ganze eben so aus gut jetzt habe ich noch mal ein paar kreuzungen sei vorbereitet für den roth leitet cora mord im north american film die kann auch direkt auswählen übrigens diese dinge habe ich hat eben nicht erklärt weil ich nicht genau weiß was die bewirken sollen weil ich bei mir nämlich keine unterschiede feststellen konnte komischerweise nun möchte ich aber erstmal noch euch gerne noch ein kleines beispiel zeigen was man was denn zb bei diesem mod für film ist geben kann und man sieht natürlich direkt schon bei diesem beispiel die straßen haben jetzt keine haben jetzt andere markierungen die haben jetzt in der straße in der straßen mitte diese gelben streifen wie es in amerika glaube ich übliches ich war nicht in amerika glaube ich aber der hat man hier zb auch die straßen markierungen sind auch ein bisschen wie soll ich sagen nicht ganz clean sondern so ein bisschen abgenutzt schon wie gesagt also hier kann ich ganz gut erkennen wo die unterschiede liegen bei den kreuzungen sind die unterschiede noch gravierender hier haben wir nämlich keine normalen zebra streifen sondern hier haben wir einfach nur solche linien zum vergleich ohne mod sieht das ganze so aus dem es gefällt also mir gefällt schon ich hatte im ort auch eigentlich ein permanent drinnen also kann eben noch mal rausnehmen war ein besser sieht man ja noch mal hier gibt es sogar zepra streifen bei der großen straße also ich finde den ort an sich eigentlich relativ cool kann man nicht mehr kann also ich finde in ordnung also ich weiß nicht was es noch für die es gibt um noch mal im vergleich zu haben allerdings nicht dass die mod ziemlich praktisch ist und da können wir eben mit parkingspots mal rein machen bei einer großen straße vielleicht mal machen wir mal hier parkingspots rein ob es auch direkt funktioniert na ich glaube ja doch funktionieren sogar haben wir keine extra markierungen die werden wir praktisch hier das liegt glaube ich mal am design also ich weiß nicht ob jedes design auch alle sachen unterstützt anscheinend dieses themen hier wahrscheinlich gerade nicht vielleicht gibt es auch noch andere themen die da ein bisschen anders angepasst sind wie gesagt zum beispiel jetzt bei nordamerican ist es jetzt möchte so die straßen ist alle ein bisschen kräftiger nicht so blass und sie haben eben halt andere markierungen und abgenutztere farbarmarkierungen an sich ok ich hoffe euch hat erstmal meine review zum beziehungsweise meine mod vorstellung zum woods united core mod gefallen da sie es meine erste mod vorstellung ist kann es sein dass die vielleicht auch nicht die allerbeste ist deshalb würde ich mich freuen wenn ihr kommentar kritik in die kommentare schreiben würde und würde mich erfreuen wenn ihr im nächsten video wieder einschalten würde und bis dahin verabschiede ich mich und sag bis zum nächsten mal macht's gut und tschau